Seit Jahren sprechen Politikerinnen und Politiker immer und immer wieder von mehr Wertschätzung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, vor allem für Erzieherinnen und Erzieher. Aber wie haben sich die Gehälter in den letzten Jahren genau entwickelt? In diesem Video schauen wir uns die Gehaltsentwicklung im öffentlichen Dienst an und vergleichen diese mit den offiziellen Inflationsdaten. Die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sind aktuell ein großes Gesprächsthema. Die Angestellten, vor allem die pädagogischen Fachkräfte, fordern mehr Geld. Und das nicht nur, weil sie einfach nur die verdiente Anerkennung und Wertschätzung für ihre wertvolle und wichtige Arbeit wollen, nein, sondern noch aus einem ganz anderen Grund, nämlich aufgrund der Inflation. Die Inflation wird auch als Teuerungsrate bezeichnet und beschreibt vereinfacht gesagt den prozentualen Wertverfall des Geldes. Die Inflation wird häufig als Jahreswert angegeben. Die Inflation frisst vor allem in den letzten Jahren das Geld auf. Viele Personen können grundlegende Dinge des Lebens nicht mehr zahlen und stehen vor echten finanziellen Problemen. In diesem Video schauen wir uns deshalb an, wie sich das Gehalt im öffentlichen Dienst für Erzieherinnen und Erzieher in den letzten Jahren entwickelt hat. Gleichzeitig schauen wir uns die Entwicklung der Inflation an. Für 2022 und 2023 wird bezüglich der Kaufkraft des Geldes aufgrund der historisch hohen Inflation ein fettes Minus stehen. Das steht leider fest. Aber wie sieht das Ganze über einen längeren Zeitraum aus? Dazu habe ich mir die Entwicklung der Gehälter im öffentlichen Dienst und die Entwicklung der Inflation der letzten fünf Jahre genau angeschaut. So können wir diese miteinander abgleichen und ein Resümee ziehen. Wir wissen so am Ende des Videos also, ob das ausgezahlte Gehalt hinsichtlich der Kaufkraft mehr oder weniger geworden ist. Also ob man sich mehr oder weniger von dem Gehalt kaufen kann. Die Quellen zu den Inflationsdaten und den Steigerungen im öffentlichen Dienst findest du in der Videobeschreibung. Fangen wir mit dem Gehalt des öffentlichen Dienstes an. Um das Ganze später mit der Inflation abgleichen zu können, brauchen wir einen Ausgangswert. Diesen legen wir für Anfang 2017 beispielhaft auf 3.000 Euro brutto fest. Eine Person hat Anfang 2017 also 3.000 Euro brutto monatlich erhalten. Wir rechnen für jedes Jahr die Tariferhöhung drauf und kommen dann bis Ende 2022 auf ein Bruttogehalt von 3.383,64 Euro. Also in fünf Jahren eine Gehaltserhöhung von 383,64 Euro brutto. Das klingt erstmal ganz ordentlich. Das entspricht einem Plus von knapp 12,79%. Schauen wir uns jetzt die Inflation an, also den Wertverfall des Geldes. Um dies mit dem Gehalt zu vergleichen, müssen wir ausrechnen, wie viel Geld benötigt wird, um die gleiche Kaufkraft wie im Vorjahr zu haben. Das machen wir für jedes Jahr, von 2017 bis 2022. Um das Ganze logisch einfacher nachvollziehen zu können. Wenn der Wert, den wir gleich errechnen, ebenfalls bei 3.383,64 Euro liegt, also genauso hoch wie die Gehaltssteigerung seit 2017, dann würde das bedeuten, dass es zu keiner wirklichen Wertsteigerung kam, da Inflation und Gehaltsentwicklung quasi identisch sind. Liegt der gleich errechnete Wert unter 3.383,64 Euro, dann würde das bedeuten, dass das Gehalt heute mehr wert ist und es damit tatsächlich zu mehr Gehalt im Sinne von mehr Kaufkraft kam. Liegt der gleich errechnete Wert aber über den 3.383,64 Euro, dann würde es bedeuten, dass das ausgezahlte Gehalt 2022 weniger wert ist als das ausgezahlte Gehalt 2017, man sich also weniger davon kaufen kann. Beginnen wir mit unserem Ausgangswert von 3.000 Euro Anfang 2017. Rechnen wir die Inflation für das Jahr 2017 in Höhe von 1,5% aus, dann stellen wir fest, dass wir Ende 2017 schon 3.045 Euro benötigen, um das gleiche kaufen zu können, wie Anfang 2017 mit 3.000 Euro. Dies machen wir für alle Jahre bis einschließlich 2022. Wir kommen dann auf das Ergebnis, dass Ende 2022 Geld in Höhe von 3.481,57 Euro benötigt wird, um sich das gleiche davon kaufen zu können, wie Anfang 2017 mit 3.000 Euro. Es werden für die gleiche Kaufkraft also 481,57 Euro mehr benötigt. Stellen wir diesem Ergebnis die Gehaltsentwicklung gegenüber, dann stellen wir fest, dass das Gehalt tatsächlich weniger wert ist als 2017. Du kannst dir also weniger davon kaufen, obwohl auf der Gehaltsabrechnung mehr Geld steht. Es handelt sich hier nur um eine Beispielrechnung, aber da es sich um prozentuale Werte bei der Gehaltsentwicklung und den Inflationsdaten handelt, ist dies auch für andere Werte genauso anwendbar. Ich möchte zu dem Thema aber noch zwei, drei weitere Punkte loswerden. Besser wird's leider nicht, eher im Gegenteil. Zum einen sind die Erhöhungen des aktuellen Tarifergebnisses mit einer Laufzeit von 24 Monaten beschlossen worden. Das bedeutet, dass diese am 31.12.2024 enden. Dann kann erneut verhandelt werden und es gibt möglicherweise mehr Geld. In der eben angeführten Rechnung ist das Tarifergebnis noch nicht enthalten, aber eben auch nicht die Inflationsdaten von 2023 und 2024. Das heißt, die Inflation wird weiter voranschreiten und Geld entwerten. Das IFO-Institut rechnet beispielsweise 2023 mit weiteren 6,2% Inflation. Außerdem muss erwähnt werden, dass die offiziellen Inflationsdaten natürlich stimmen und richtig sind, dort aber nur beispielhaft Kosten und Preisentwicklungen für viele Dinge berechnet werden. Dazu zählen auch viele Dinge, welche die meisten Menschen gar nicht nutzen oder im Alltag benötigen. Schauen wir uns die Dinge des täglichen Lebens an, vor allem Lebensmittel und Energie, dann stellt man fest, dass die Inflation für viele Menschen deutlich über den angegebenen 6-7% liegt. Bei Lebensmitteln eher sogar zwischen 20 und 30%. Andere Dinge, welche nicht jeder benötigt, drücken und verschönern quasi die Inflationsdaten. Ich denke, dass das auch jeder merkt und nachvollziehen kann, wenn er im Supermarkt steht und auf die Preise schaut. Ein anderer Punkt, der vor allem für die pädagogischen Fachkräfte gilt, ist der Fakt, dass die meisten davon gar nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, von der Inflation aber natürlich trotzdem massiv betroffen sind. Nach meinem letzten Video zum Tarifergebnis habe ich so viele Nachrichten von Fachkräften erhalten, die insgesamt deutlich weniger verdienen als Personen aus dem TVÖD, seit Jahren keine Erhöhung erhalten haben und von der jetzigen Einigung auch nichts bekommen werden. Ich persönlich halte die Bezahlung für pädagogische Fachkräfte mit allen Modalitäten nach dem TVÖD immer noch für deutlich zu niedrig und denke, dass jede Gehaltssteigerung überfällig und total verdient ist. Aber ich weiß auch, dass es unzählige pädagogische Fachkräfte gibt, die insgesamt deutlich weniger verdienen. Ich kann und will an dieser Stelle alle pädagogischen Fachkräfte und Auszubildende dazu ermutigen, dass sie für ihren Wert einstehen, bei der Suche nach Job- und Stellenangeboten darauf achten, dass sie zumindest nach TVÖD bezahlt werden und sie dabei für sich ein angemessenes und faires Gehalt einfordern. Was ist deine Erfahrung mit dem Thema? Bist du nach TVÖD bezahlt? Schreibe dazu doch gerne einen Kommentar. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal